Salam Aleikum Ustad, Inshallah geht es dir und deiner Familie gut. Ich hörte von einigen Brüdern, dass bei vielen Arabern es Tradition sei, dass sie, wenn sie heiraten, nicht direkt zusammenziehen, sondern sich anfangen alleine zu treffen, um sich näher kennenzulernen etc., damit man sich dann auch zu 100% sicher sein kann. Das alles passt. Etwas komisch natürlich, weil es nichts Halbes, nichts Ganzes ist, aber eventuell steckt ja darin eine Weisheit. Mal wird gezahlt, wenn man dann auch tatsächlich heiratet. Und die Bekanntgabe der Ehe. Falls ich das richtig verstanden habe, wahrscheinlich kennst du diese Zeremonie selbst besser als ich. Meine Frage ist, ob du diese Vorgehensweise gut heißt oder ob sie generell verwerflich ist und in Richtung Erneuerung fällt. Ich kenne diese Praxis nicht und dass es eine Tradition ist, bezweifle ich sehr, weil Traditionen haben meistens etwas Konservatives und das scheint überhaupt nicht konservativ zu sein, so was. Das ist ja mehr so die moderne Gepflogenheit bei Partnerschaften und Partnerschaftsbeziehungen, bevor es etwas Ernstes wird. Also sowas kenne ich nicht als Tradition. Wie gesagt, ob es in manchen Ländern sich so entwickelt hat, weiß ich nicht. Die Sache ist aber so, die Sache ist, wenn die tatsächlich vermählt worden sind, also wenn der Krach stattgefunden hat, und was soll das bringen, dass man sich noch trifft und noch nicht zusammenzieht, obwohl man alles machen kann, was die Ehe so mit sich bringt. Man kann alles schon machen, nur man zieht nicht zusammen. Ich finde das etwas schwachsinnig und auch kontraproduktiv, denn man geht mit der Einstellung in die Ehe. Ich probiere mal und wenn es nicht funktioniert, dann ist es vorbei, es ist ja noch nichts Ernstes. Man geht, dann wird definitiv mit so einer Grundeinstellung reingehen. Und das Problem hierbei ist, weil wir in der reellen Welt leben, wird es zu Problemen kommen. Es wird zu Streiten kommen. Es wird dazu kommen, dass man sich nicht einig werden wird bei manchen Sachen. Dann wird man denken, gut, okay, wir werden uns nicht einig. Man ist beleidigt, man ist sauer. Und dann denkt man sich, es ist ja eh noch nichts Ernstes, also versuche ich mein Glück neu. Ich glaube, so eine Vorgehensweise ist extrem gefährlich und kontraproduktiv. Desaströs wird Familien hindern daran, überhaupt zu keimen. Wenn ich in die Ehe reingehe mit dem Wissen, jetzt das ist ein Ehebündnis, das ist ein Knoten, ich bin mit diesem Typen oder mit dieser Typin jetzt fest verbunden, ich kann mich nicht einfach losreißen, dann habe ich eine ganz andere Grundeinstellung und eine ganz andere Erwartung und eine ganz andere Strategie, wie ich umgehen werde mit Problemen, mit Schwierigkeiten, mit Unstimmigkeiten, mit Disharmonie, die entstehen wird. Ich werde lernen, müssen damit umzugehen und nicht flüchten. Dementsprechend, ich halte das für eine extrem gefährliche, oder was heißt gefährlich, Jani, es ist auf jeden Fall nicht produktiv, es ist ganz im Gegenteil, es lässt einfach viel zu viele Möglichkeiten offen, die Sache bei jeder Kleinigkeit hinzuschmeißen und dafür ist eine Ehe nicht konstruiert, das ist nicht die Ehe. Zumal, wenn sie verheiratet sind und man bietet damit Scharlatanen auch die Möglichkeit, Frauen auszunutzen, man bietet damit den Frauentypen auch, eine Frau wird es wohl in dieser Hinsicht nicht machen, vielleicht andere Dinge, die sie beim Mann ausnutzen kann, aber der Mann, wenn da ein Teufel dahinter ist, der wird das ausnutzen, weil es ist ja alles erlaubt, es sind ja Ehepartner und da können die Familien, wenn das überhaupt mit Zustimmung der Familien gemacht wird, sagen, was sie wollen. Er wird sie zu allem bringen, was er möchte, sie wird ihm sehr wahrscheinlich nachgeben, er wird mit ihr intim werden und dann wird er sagen, das war nichts Ernstes, weder bei mir noch bei dir, tschüss. Diese Türen sollte man nicht öffnen, wenn, dann richtig oder gar nicht.